Jo Jo Moin Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Play of Free und in der Gedanken dieses komische Miau oder was soll man sagen soll das ist Jochen Sack Jo was Junge und ich schreibe ja was stehen das ist das unser Co-Kommentator nämlich der Alexia sag mal guten Morgen in das Mikrofon und es ist 14 und was ist es für die Hälfte doch 14 Uhr 3 da ist Alex das war fest davon überzeugt dass es viel später ist ja und es ist ja auch herbst es ist ja Herbst er wie gesagt dass sie jetzt voll bloß im Bett ist die Zocken nicht auf es ist recht 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 und rechts es ist doch bei den Körner aufzuzählen ja war er kommt am Anfang der Gäste das ist ausgestiegen man kann es probieren das ist mein Gefühl so als Leute das meinte wenn er so ein Teil abiert immer erst mal schön und durch die auf den Hügel fahren weil da die Straße hat nämlich wo denn? Oh nein, da oben! Krieg ich aber nicht weg! Krieg ich nicht hin! Dann steig aus! Ausweichen! Ich kann das Ding ja reparieren! Das soll ich getrunter, du musst das Ding reparieren! Steig aus! Denn der Kuh, pass auf, pass auf! Was ist reparieren? Oh nein, oh, fuck man! Wir werden nicht lange dort, ne? Trotzdem finde ich das Kacke, weißt du, das ist in Ordnung, bitte! Uh, ja, oder mal! Guck mal weg! Oh, was macht der bitte? What the fuck man! Das war jetzt einfach mal gespielt, das ist nicht zugegeben, der tut ganz einfach! Nicht, ne, 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 der kann's nicht! Aber, der macht ganz viel da vielleicht nichts anderes. Da kommen wir zurück... Zeiges Mann ist nicht... Das meine ich! Kann ich ganz weiß, Mann, nö, was ist denn das? próp mash Nós급, das ist ne, 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 nós Service würdOG! Messe schon, wir lassen immer Sorgen, es fällt mehr konzentrieren! Oh, der war hinter mir. ja ich denke er ist der Nür er ist doch total unzweckhaft und er steht auch ein hier nur die politische Ammon und dann wird er 80 ist doch unser Junge bist du wenn sie ist was sie ist ich habe ich nämlich geworfen die sein wird an den Baum gepreit und wieder abgesprungen ist wie es schon mal passiert ist die irgendwas passiert wir wissen nicht die drohung wird es gezogen aber man kann sagen wir sind recht akzeptabel die kranken feindelminierungen und was da oben so los ist nämlich nichts mein Freund und Helfer Prozent Prozent und auch nicht so war aber Fakt die Schreckungsprozesse die die Galt der Gehegeweite in der Haussehne das Haus mit 4 fein gemacht das Zeug und auch nicht so gut die ein Wort und wird in den Plattformen okay ist es denn die wir in der Pflege so wie es klar da ist da war schon tot und die BDW ein Jude wo war er dann? Reiner Ahringacht und sohn sie sich auch ein bisschen Scheiß-Outfit-Aule und ich so nicht angezogen so ein Drecksperner die Stimme und auch sehr wohl Jo also erreichend das aber allgemein die Städte viel Spieler so klack rein damit dass man sich schon hier ein und wie sie vor allem Tom Backe flogen er ich will schon wieder erzeugen ist hier auf unserer Seite er von wegen als Niemann die Glocken und Uge er ist hier eine kranke Verstärkung Kampfer starten ich glaube das ist das Verstärkungsmaß Das geht Medi. Wer kriegt das? Wer kann das? Medi! Nur ein Medi kann das machen. Okay, wie sieht sie aus? Naja, das muss man ihm lassen. Naja, easy way to death, ne? Ja, gut. Ja. Ach, scheiß Mixer, Alter. Das ist jetzt wohl an der Front. Den krieg ich jetzt. Und das kann nur ein Medi legen. Oder was? Witten ist es gleich an hier runter? Links! Wo ist denn der? Links! Doch, links! Ah, die Backen. Hinter mir. So was dummes. Ja, weil der doof ist. Das ist jetzt ein hartes Game, ne? Ein hart, richtig hart ist das hier. Ich bin's schön irgendwie. Aber irgendwie krieg ich's nicht gerissen heute. Jetzt rein und wieder raus. Und wieder rein und wieder raus. Uuuuuh, du hast keiner. Oh, schon mal. Und wieder rein und wieder raus. Und wieder rein und wieder raus. Oh, schon mal. Und wieder rein und wieder raus. Oh, schon mal raus. Das muss man auf die Treppe und so. In der Treppe? Ja, ja, gut. Da hab ich ne Markeskilled ja. Oh mein Gott! Okay, das war nicht so effektiv. Geh mal wieder hinter. So, guck mal. Vielleicht ist hier ja mal einer. Hehehe. Mein, sie haben es mal hingekriegt zur Eroberung. Oh, bin ich jetzt nicht dabei. Aua! Wo denn? Oh, fuck das. Jetzt eine Elsa und Medipake, ne? Ah, das wäre jetzt ein Traum. Hammer, aber nicht. Ah, irgendwo steht er? Da ist einer. Oh, fuck, wo ist denn die Skull? Jetzt habe ich einmal nicht runtergeguckt und dann gleich wieder sowas. Ekelhaftes. Da ist einer. Ich glaub's nicht. Das ist ein Sniper. Das ist da. Okay, das ist aber auch ganz schöne Demütigung für ein Sniper, oder? Auf jeden Fall, da musst du erst mal schauen, wo du bist. Ach, das war der Easy... Easy way the Hacker. Easy way to death, eher gesagt. Wo, wo, wo respornen die Typen hier? Das ist Rosen, äh, USA, also macht ihr Rosenkreis. Stimmt, also geht's hinter. Genau. Jetzt wird's wieder lustig. Ich hab's geschafft, die Kontrolle über alle vier Punkte zu behalten. Wo ist'n der? Und jetzt ist er gleich tot. Weil hier wieder Weiche sind. Nee, was ist'n das hier bitte? Ist das doch einer von uns? Ja. Irgendwo muss ja einer gewesen sein. Na ja, oh, da oben ist die Elsad. Nicht mehr. Nee, sie ist tot. Elsad ist tot. Leg mal irgendwo noch ein paar Portigminer. Jetzt doch noch nicht. Oh, jetzt sind sie wieder bei B. Wäh, wo ist'n der? BDBW. Oh Mann. Ehrgendwo aus dem Haus. Ich bin heute richtig schön schlecht, ey. Oh yeah. Aber es ist doch heute auch, was ist denn denn los, ey? Gibt's keine Getschêtreakt für die Fans, wo man drauf halten kann? Habt ihr zu wenig Pioniere, oder was? er hat genügend ich verstehe es einfach nicht die schlechte die anderen können auch mal was machen nur nach dem Motto im Krieg gilt die alle können auch mal was machen Naja das passt so oder? Oha das war gerade schlecht das war sehr effektiv Halt die Fresse so Oh geil komm fahr zum Krankenhaus jetzt fahr, fahr, nee, fahr oh Junge also Gung, wenn du fährst jetzt richtig oder? Fährst jetzt richtig, ich rast jetzt gleich komplett Halt, stopp, stopp Ach das ist schon dauernd, oder? Ich hab keine Lust mehr immer ist es doch gleich schon warum denn so scheiße? Naja, hast du gerade gesehen, dass da hinten ein Schüsse herkam? Ist doch gut so Naja, die schießen schon hier Schöp, die R.B.G. Schöp, die R.B.G. Schöp, die R.B.G. Jaja Ich geh nicht ernst sein Bett viel Geld Oh Jungs EG, ganz schlimme KD ganz schlimme Punkte Obwohl das hat Spaß gemacht aber Na, Spaß ok gut Ok, ich mach es mal Nö Nö, alle haben wir 18-160 Kreuzes im Krieg Nö, einfach noch zu gehen Nö, 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 nö demnächst jetzt sind die Partei die Fliegerin wir müssen er hat sich gerade eine Beine aufs Display ob die Siegung ich möchte sich nicht also auf den Schiff gelandet werden das ist das erste Mal aber es ist schlecht als doch fliegende Fisch die Wäsche gibt es bei Terraria da war er ist ja auch so ein ganz heißes Game was ich total toll finde er ist war auch Juni in der Hochschule die Gerüte was für ein kranker Weg von Battlefield ach ja ich ich liebe dieses Game einfach nur für diese geilen Fails ey also wenn wir jetzt hier nicht... oh mein Gott was kommt da denn? Och nö, es kommt da gleich hin oh mein Gott hatte ich auch gerade so vor. Dann nehmen wir die Brüder mit ich nehm jetzt mal einen kranken Panzer Meinst du mal was gegen Eichstorff handelt? Och nö! Das bringt es aber auch wirklich, also im wirklichen Krieg da wird das schon längst Geschichte gewesen das kleine Vorsprungteil Ja, warte mal Warte mal, warte mal jetzt hier hin, jetzt durch hier und jetzt zur C wie sie alle vorrücken oder wie die Geisteskranken Ich glaube, ich fang voll drauf Da unten das kleine Teil müsste mal Das ging ja schneller Als ich dachte Hab ich aber nur noch 6 und hab dich nicht gesehen Irgendwo muss da so'n Scheiß wie man stehen Ich fahr zu B, das ist mir sicher Was denn? Was ist denn dein Problem, Mann? Ja, der hat schön drauf geholt Ich meine, wenn du auch noch markiert bist, ne? Aber ich wusste nicht, was ich eigentlich gern mal wissen würde Wenn man markiert ist, könnte man dann eigentlich auch von so nem Heli aus Ja, kann man Viel Wasser da hinten Ja, was ist denn? Und jetzt wird so Gott, Mann ey, sowas Jüdisches Jüdisches Na, guck es dir einfach mal an Sowas behindert ist Verstrahlt ist 1, 2, 3 Da nimmt sie das kein Geteil hier Ja, schießt die Juden, ne? Dann nehmen wir die Brüder mit Ich sagte Herr Bullen, so Wieso denn? Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, verdammt nochmal Okay, der ist tot Okay, der ist tot Was denn, der ist doch schon tot Siehst du? Endlich Wenn ich über den Panzer nehmen Oh, warte mal, der war hier irgendwo Oh, was? Bäm Bäm Oh fuck, ich reparier lieber mal Wo ist denn der? Irgendwo muss er sein Irgendwo muss er sein Ich bin gleich wieder von hinten irgendwo Nee, von der Seite kommt der Meisten Hä? Die haben sich den Panzer geholt Ich habe voll drauf geholt Es hat nichts gebracht Ja Die München Die München Da sieht noch einer Ich habe noch als erst gemerkt, Junge Das ist der Fester Rache Oh, wo ist denn der jetzt gewesen? Irgendwo, nirgendwo Oh, Alter, unser Team ist auch so schlecht, man Komm, wir spawnen mal Einladen im Flugzeug beim Flugzeugträger Ich hab eigentlich auch einen gelben Helikopter oder so gesetzt Was nun aber nicht? Jetzt habe ich hier so eine Tricksbude, ey Nämlich gar nix Nein, da war dieses scheiß geile Ding Da war das Teil Da war's, aber ist es nicht mehr Oh, nö, da fliegt jetzt fort, ey Nö, das ist nicht ein Schein Nö, nö Nö, nö Nächsten Let's Play, sagt der Alex Ja Krank Der macht alles besser Nichts Hm Oder doch, vielleicht Na, man weiß es nicht Aua, Mann, das ist ja voll unfair Oh, ja Oh, auch MG 36! Mann, ey Ich habe ja auch krank verschissen, aber was ist für eine krankere Exkursion? Ja, aber die machen wir heute Na, doch nicht heute Du musst dann fein los Stimmt ja Ich meine, an mir soll sich liegen, aber du musst ja dann los, ne? Stimmt, ich bin raus Dann musst du los um vier Wie spät ist es? Viertel, drei Die bis irgendwo da hinten Oh, ne kranke Spritze 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 Mach das, Günter Mach das Mach das Jetzt nehmen wir die Tiere mit hier Jetzt nehmen wir die Tiere mit hier Uuuhh Wie ist das toll? Ich dachte, die Elsa ist bei uns? Das kann mir auch auch einmal eher sagen Aha Oh nein Die� doch nicht nach, was nicht schießen will Ja, das musst du auch mal schauen, ne? Yes, ja, ich bin verkackt esqualky Ah, kakke Ich bin gerade, oder? Ne, ne, ne meint 10Hub nh das ist ja Das dümmste Mist aus, du bist du, aber ja, das ist geil Ja, das ist geil Und es bringt relativ viele Punkte, also so ist es nicht. Ich mein, nur mal gucken wo die sind. Boah! Da packt er kaum mehr, aber was hat er? Ist abgestürzt. Ne ne ne, was ist denn da jetzt was? Ne, du hättest abdrückt. Ne, das... Ne... Dühühühme! Ne, der lädt jetzt nicht так. Se ist nicht ein. Hat wohl schon? Kann so ist doch herangeschossen. Boom! um wie gesagt nun ist aber cool nachdem er aber wie geil wenn ihr einsteigt die Punkte zählen lauerlichen 1.000 Euro vor Verpackung das und die Kumpel da haben wir ordentlich ausgepackt hier und ist ganz 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 vieles überalterten das ist so ist man sein Arsch das ist doch auch Fakt die die wir machen es ist da muss ich eher selber das wird sie leben wollen das holen wir es wieder ich weiß nicht was er die Maske schon die her der ABG würde trotzdem ein Mast gehen wenn du sie an Mast schießt natürlich Verständnis der Thäser es sind klar warum geht denn da jetzt nö es ist so ein Trottel er hat der Torhüro ist nul 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 das ist unter dir doch so ein dreckiger Penner alter so was wird da ist die Scheiße am Damm ohne Weg mehr woher ich bin da kommt ein Panzer angerollt auch mal die Erkrankung ach da die Geil wir haben alles aufgenommen ob ich den Kopf getroffen ja ohr nein aber auch die Stocht das ist das Problem aus dem sieben Bauern und alle einzig mein Ernst ja ich bin nicht meine Fresse erhält wenn die Woche was machen um 4.000 denn es ist ja ein ich dachte machen wir können auch was wir können aber ich gehe und ob er ach die komische flugabläufe und auch auf man hat ach du kacke kann ja gar nicht drauf halten die Sterben ja wie die Kaninkel, oder? Oh, fuck! Alter! Sind das jetzt alle 15 oder was? Krass, ihr glaubt! Kann ich ja irgendwo? Kann ich ja irgendwo sein? Fuck! Die kommt gleich runter. Nimm doch lieber die MP7 ab, leider. Wenn sie irgendwo sind. Oh, der ist! Alter Mörser-Schlag! Was das hier grad ging! Oh, kranker Typ! Hat seine Mannschaft unterstützt! 10 zu 12! Aber für Snaipurs ist wirklich scheiße! Warum hier bitteschön! 10 zu 12! Wieso haben wir... B, hallo, wir wollen zu B, nicht hier zu dem Kack C, was soll denn der scheiß? Mit die anderen sind mein Weg 10. Was? Was? Den nehmt du nicht drauf! Klack, klack, klack! Oh! Ich wußte ja nicht! Nicht mit Geniestus! Das ist von dem komischen, der Typ, der mich grad mit einem Börserschlag eliminiert hat. Aber trotzdem... Diese kranken Balaka... ...muse-Mazke, die find ich lustig. Die macht ja niemals aggressiv. Was ist das für ne Maske? Die Ballakala, die Ballaklava, wie auch immer. Nein, du wirst nicht. Der steigt vorher aus. Der steigt vorher aus. Ah fuck, ich stehe hier voll umgeschützt. Natürlich. Natürlich. Na was denn? Ich glaube, da geht es sogar eine Leiter hoch auf das Gebäude. Aber nicht komplett hoch. Wie gut, die sind denn jetzt ja üblich vermehrt? Jetzt haben die sich gerade immer... Wie die Kanäle, ne? Die Kanäle. Ich verdiente den Menschen wie die Kanäle. Ne, 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 nochmal, nochmal. Ach, warum denn? Er sieht. Ich habe dir gesiegt. Noch nicht. Das können die nicht mehr umreisen. Junge, es sind noch 70 Punkte. Das können die nicht mehr umreisen. Das sind 70 G, das sind 60 G. Weniger als 60 G. Der hat nicht markiert. Oh hey, oh hey, motherfuckers. Diese Welt. Oh boy, geil. Oh, sie haben wieder zwei Punkte, aber das können sie jetzt nicht mehr umreisen. Das sind fucking 30 Punkte, die hinsinnig aufhören. Nicht mehr. Denk schon. Bestens 20. Ne, ich denk's nicht. Ne. Wir müssen uns jetzt auf der Stelle und alle kümmern. Das heißt, noch 10 Punkte, du machst das nicht mehr. Gar nicht mehr. Da vorne steht noch so ein Panzer. Oh, Junge, schreck mich nicht. Jo, Junge, ich bin dran. Jo, in der nächsten Folge ist der schlechteste Pärtenfisch. Ne, da geht es mir bitte viel Spiele auf dem Planeten dran. Jo, wir haben in der Nacht das FFGD, die sich die schön bin, sich aber egal, Leute, der haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Woohoo!